Mein Umgang, also auch mein Körpereinsatz, den ich beim Installieren mit den Materialien habe, wie ich auf die Materialien reagiere und das Material auf mich, also eigentlich ist es immer so eine, auch so ein Dialog damit, das fasziniert mich ungemein und dass es, also die Textilien, dass es auch eigentlich was Alltägliches ist, dass es vergänglich ist, dass ich das wieder neu setzen kann, auch wenn es viel Material ist, verwende ich das einfach in der nächsten Arbeit einfach nochmal anders. Ja, ich glaube, dass ich auch überrascht werde, wenn ich es dann wieder neu an einem anderen Ort installiere, es ist wieder was dazugekommen oder ich lerne es immer neu nochmal kennen, das finde ich total spannend. Man kann auch von, ja, einer Atmosphäre sprechen, einer Anmut, also so eine ganz eigene Schönheit und ich glaube, mich interessiert so eine eigene Schönheit sehr, die berührt mich auch und dann hoffe ich natürlich, dass der Rezipient, die Rezipienten auch berührt werden.